Hi Leute, willkommen zu einer Folge von Clash Royale. Ich wollte nicht mehr zeigen, dass ich heute und gestern noch, also wenn man 1 Uhr nachts zu gestern zählen kann, richtig tiefer. Ihr seht's, ich habe Herausforderer geschafft. Also für die Leute, die mich im Spiel kennen, hier seht ihr ja, ach und ich bin Level 11. Zudem habe ich jetzt endlich die 12 Siege, was meiner Meinung nach noch allerhöchste Zeit wurde. Hab endlich Herausforderer. Finde ich auf jeden Fall sehr geil. Ich zeige euch jetzt noch direkt das Deck dafür. Ja Leute, das ist ein ganz gewöhnliches Spellbait-Deck mit einem Tesla statt eines Infernoturms. Ich werde euch jetzt mal kurz ein paar Wiederholungen zeigen und diese dann einfach nachkommentieren. Möglicherweise mache ich auch noch einen Livestream von dem Spiel hier, aber ich bin mir nicht so wundervollt und sicher, ob ich das wirklich machen werde. Also rein aus technischer Sicht gesehen. Also ihr seht's Leute, ich habe einen Koboldfass auf der Hand und so weiter. Also die Princes finde ich immer so die beste Karte auf der Start der Hand. Aber jetzt setze ich halt erstmal einen Eisgästen. Guck mal so, ob den Holz hat. Denn wenn er kein Holz hat, dann hat er halt ein richtig großes Problem nach sowas. Ihr seht's ja schon, der Typ wird richtig kassiert. Also das mache ich nicht. Ich bin jetzt ein Goblin-Gang, dann ein Tessa. Goblin-Gang erst mal, damit ich weder mal so einen Fokus setzen. War auf jeden Fall von mir relativ gut gespielt, finde ich. Ohne mich jetzt selbst loben zu wollen. Weil jetzt objektiv betrachtet und das war relativ gut. Also ziemlich. Ich kann das Deck auch fast fehlerfrei spielen, obwohl ich sehr, sehr keine Ahnung zu um die acht Stunden überhaupt insgesamt gespielt habe, was ich eigentlich ganz gut in Ordnung finde. Wer überdeckt, dass ich den Deck, dass ich ins Bay Bay-Typ, sorry, zwar schon mal gespielt habe, aber halt ohne Prinzessin, sondern mit meiner und so weiter. War auch extrem stark. Der kann ich euch ja nochmal zeigen, aber nur, wenn ihr es euch wünscht. Wenn ihr es wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn nicht, dann werden wir es mal lassen. Auf jeden Fall kommentiere ich es weiter. Der Gegner hat halt einen Mega-Ritter, was natürlich jetzt ein Problem ist. Jetzt also erstmal den Tesla und dann noch den Ritter. Und jetzt seht ihr es. Der Tesla kommt weg. Ich meine, natürlich, der fokussiert sich nicht. Achtung, jetzt kommt was richtig Krankes. Jetzt. Bam. Da haut er dem nochmal einen allerletzten Hitze in die Fresse. Also das war, finde ich, unglaublich geil. Also er ist nicht unglaublich Skillhaft von mir. Das war halt ein Misplay von mir, gar keine Frage. Der war nicht gut gemacht. Aber ich fand das unglaublich geil. Muss ich mir jetzt ehrlich sagen. Das war so richtig lustig. Ich hatte einen leichten Elixiervorteil, aber ich habe halt einen krassen Damagevorteil. Jetzt könnte er theoretisch da so an der Seite hier so einen Rock langsneaken. Ich nehme also meinen Koboldfass. Der Entfernung-Drache da war richtig scheiße, denn so bekomme ich Rocket Value. Oh, ich mache das nicht. Okay, das finde ich jetzt seltsam. Ich hätte, glaube ich, am besten da Rocket gemacht. Das ist ja auch egal. Denn jetzt würde der Mega-Ritter hier von den beiden Teslas und jetzt nur noch von dem einen Tesla und natürlich noch dem Ritter komplett zu Hackfleisch verarbeitet. Wünscht man sich natürlich als Mega-Ritter-Rock-Spieler nie, wenn das was passiert. Ist jetzt aber halt passiert, kann er nicht ändern. Das heißt, hier kommt ja nochmal der Tesla hin. Ich hätte das vielleicht noch besser machen können mit dem bisschen mehr Distanz und so weiter. Da hat er dann noch die Goblin-Gänge, deswegen hier seht ihr, das hat er richtig stark gespielt, der Gegner. Da hat der noch meinen Turm bekommen und ich muss jetzt eine Rakete draufwerfen und deswegen hat er einen richtig krassen Elixier-Vorsprung. Jetzt kommt da auf jeden Fall noch ein Mega-Ritter. Ich muss da einen Ritter direkt gegen, sonst bin ich tot. Ich weiß, die hat noch einen Hawk, also muss ich da jetzt, äh, die Tesla dort hinsetzen, damit er dann zwei direkt kommen kann, aber dann habe ich halt zumindest noch was. Außer, wer muss ich denn halt wirklich hinsetzen, weil dann der Mega-Ritter wahrscheinlich alles zerstört hätte. Und wenn einer einen hat, der jetzt irgendwie alles zerstört, dann ist hier halt, wie gesagt, alles zerstört. So ist es wahrscheinlich der Schweinereiter kommen. Oh nee, ich setze dann einfach einen Ritter und das hier. Also nur mal so, kleiner Tipp. Wenn ihr, Leute, ähm, Lockbait spielt, also dieses Deck hier, auch mal gleich in Abwandlung, der Trick ist, also mit dem man wirklich aufräumt und den kennen wahrscheinlich einige schon, aber für die, die es nicht kennen, würde ich nochmal ganz gerne sagen, der Trick ist, keine Kobelfässern dauernd drüberwerfen. Ja, natürlich kann man nicht immer damit aus- out-cyclen, aber weil das Kobelfest ein Elixier teurer ist, wasstet ihr damit andere und ein Elixier, also ich meine, das ist Holz natürlich, also das ist ein Elixier teurer, das Holz halt, und dann wässt ihr die anderen und ein Elixier, beziehungsweise schenkt ihr die Mieten halt, dafür kann er dann aber in eurer anderen Karten nicht benutzen. Macht das nicht, der kann sein Holz sowieso nicht benutzen. Oder natürlich, er nimmt in Kauf, dass ihr dann euer Kobelfest, wenn er werft, denn wenn er das gemacht hat, also wenn er, ähm, den Holz benutzt, dann würde ich euch auf jeden Fall raten, den Kobelfest zu machen. Aber jetzt kommt der wirkliche Trick, beschützt eure Prinzessin mit allem, was ihr habt, also ich will jetzt nicht mit einem Kobolfast oder so, sondern aber halt einfach mit sonst allem, spielt sie nach ganz hinten, macht da irgendwas davor, damit der Gegner, damit die Viecher so viel Value rausbekommen, wie nur möglich, und, ähm, damit der Gegner dann sogar noch ein Holz noch draufwerfen muss, damit es nicht komplett eskaliert. Und, wenn ihr das hinbekommt, dann solltet ihr so 80% aller, ähm, Games mit Lockpage, äh, schon, ähm, gewinnen können. Na, dieses Holz war ziemlich gefällt. Da war jetzt, da kam jetzt ein Tesla. Ich wollte, äh, kleiner Tipp, Leute, ihr müsst es immer, ich hab mal kurz an, ihr müsst es immer möglichst so spielen, dass, wenn ihr den Tesla da habt, dann der Mega-Ritter dagegen kommt und ihr die Goblin-Gang noch zum Streck benutzt, der da einen hintergegen landet, möglichst so, dass, ähm, der nur einen Kobold weghält, sorry. Aber das bekommt ihr wahrscheinlich nicht hin. Ist auch nicht weiter tragisch, ähm, aber wenn ihr den einen Hit, ähm, am Tesla zu früh bekommt, dann bekommt ihr halt einfach zu viel Damage, und so weiter. Das hat also die beste Energie. Ich mach jetzt direkt wieder weiter. Auf jeden Fall kann jetzt meine Prozesse noch ein bisschen mithelfen. Der Inferno-Tragon wird ja auch gerade zuwechseln. Und jetzt geht's um Rocket-Cycle. Der Gegner hat keine Rocket hätten und Poison. Das heißt, mit der Rocket hab ich einen unglaublichen Vorteil, wenn es ums Cycle geht. Und ihr seht, ich werfe nicht einfach willkürlich Kobelfest, durch. Also, ich sneak halt manchmal eins durch, weil ich weiß, der Gegner hat nur ein Zap und, ähm, kein Kampfholz. Also ihr seht, ich hab jetzt schon fast gewonnen, obwohl ich, ähm, den, äh, den einen krassen Display gemacht hab, obwohl ich hab, glaub ich, in dem ganzen Game drei Misplays gemacht. Ja, jetzt wird's nochmal knapp. Aber, meine Türme räumen das Ganze gut auf. Jetzt kommt die Rakete und das Kampfholz und es ist GG. Wenn ihr in der Arena 10 seid, oder zumindest irgendwo, wo Elite-Babarn selbst gespielt werden, dann, ähm, kann ich euch mal dieses Match hier zeigen. Da erkläre ich nämlich nochmal genauer, wie man gegen Elite-Babarn vorgehen sollte. Ich wusste halt nicht, dass er Elite-Babarn hat. Also immerhin eine Prinzessin ersetzen, ganz wichtig. Ähm, da könnt ihr die nämlich am besten verteidigen. Der Gegner muss dann auch demnächst irgendwas aussetzen, sonst habt ihr sie faktisch gratis bekommen und dann ist es egal, ob ein Zauber drauf kommen muss oder ob ihr jetzt irgendwie einen Hit drauf bekommt und dann kommt es gelettet und sowas ist dann vollkommen egal. Wenn sie gratis ist, dann ist sie auf jeden Fall gut. Also, dann immer einen Ritzer davor klatschen, außer da seht ihr jetzt irgendwas Bestimmtes kommen. Dann würde ich euch das meistens zwar auch empfehlen, aber nicht pauschal. So, die Valkyra hat jetzt aufgrund der Rocket, die er immer noch zum Tower gechippt hat, also immer Rockets auf den Turm werfen. Nicht spammen, aber immer, wenn sich mal eine gute Gelegenheit anbietet. Und ich sehe jetzt, der Typ hat einen Kobold fast noch. Ich denke mir jetzt, okay, ich muss mein Holz immer aufheben. So. Dann also jedenfalls, kleiner Tipp, wenn die Elite-Babahnen kommen, müsst ihr entweder einen Rocket drauf holen, wenn die ein Kombi mit beispielsweise einer Valkyra oder irgendwas sind, sodass ihr nicht in den Elixier-Rückstand geratet, denn ansonsten werdet ihr, wenn die Elite-Bahnen wahrscheinlich ein, zwei Hit an irgendwas rausbekommen, dann hat der Gegner ein bisschen Value aus Gratis-Bahnen bekommen. Das ist zwar besser, als wenn ihr jetzt euren Turm sehtet, aber ja, hier seht ihr es, Leute, der Tesla, der war gesetzt, während der das gesetzt hat, also das war nicht zu die Fans gedacht. Jetzt habe ich halt mir, jetzt war es halt mehr oder weniger so ein, ja, 10 Elixier gegen 10 Elixier und nichts kommt dabei raus, also, habt ihr ja gesehen. Jetzt noch mal hier mit der Goblin-Gang, den Eismar, ich meine natürlich, Elektromage-Klient, immer ganz wichtig, der Ritter ist da, um jetzt irgendwie, ähm, Bezessen direkt zu schützen, die Kobold-Gang ist da, um andere Einheiten abzufangen, außer natürlich, hier gibt es einen Mega-Ritter, dann, ähm, ist der, ähm, Ritter, da, um, äh, na, äh, ja genau, um den Mega-Ritter abzufangen, der Tesla und die Kobold-Gang, wir, äh, können ihm beide dabei helfen, oder man benutzt, äh, eine Kobold-Gang-Tesla-Kombi, ähm, dann, äh, dann protectet man die Prinzessin möglichst mit einem Eisgeist und einer, ähm, Kobold-Gang, ähm, außer natürlich, äh, aber man muss auch immer auffassen, dass man Gegner nicht zu viel False-Value gibt, ansonsten passiert nämlich, ähm, das hier, der Gegner, ähm, äh, weiß irgend, äh, äh, der Gegner, ähm, bekommt zwar dann ein Kobold-Fassen, die Fresse, und das kann er auch nicht gut abwehren, er hat ja kein Holz mehr, aber, Leute, noch was, schaut euch mal diese Hammer-Dief-Fentern an, wenn ihr so spielt, okay, dann werdet ihr es bekommen, ich, ähm, geh nochmal kurz rein, hier haben wir die Stelle nochmal, die Tesla war da, das ganze Zeugner kommt, das Kampfholz kommt, der Ice-Bearit friert alles ein, der Ritter hängt sich da nochmal dazwischen, damit der Tesla noch so viele Hits rausbekommt, und die Prinzessin chipt dabei wieder nochmal an den Elitze-Babbern, und, das war, finde ich, einfach so eine hammergeile Defense, auf jeden Fall hat er hier nochmal einen Turm fast geholt, aber dann war noch das Spiel vorbei, und ich hab gewonnen, das war, glaube ich, ähm, mein 6-letzes Spiel davon, hier haben wir die Stelle nochmal, Tesla war da, das ganze Zeugner kommt, das Kampfholz kommt, der Ice-Bearit friert alles ein, der Ritter hängt sich da nochmal dazwischen, damit der Tesla noch so viele Hits rausbekommt, und die Prinzessin chipt dabei wieder nochmal an den Elitze-Babbern, und, das war, finde ich, einfach so eine hammergeile Defense, bei diesem Deck, jede, immer den Tesla und die Prinzessin, und auch allgemein alles, die soll nicht sterben, okay, ja klar, das sagt man nicht so einfach, nein, ihr müsst sie mit allen Mitteln verteidigen, also ein Beispiel, der Ritter vor die Prinzessin, alles mögliche, vor die Prinzessin, der Mitte, der Gegner irgendwann lockt drauf an, äh, muss und dann werft ihr das Kobold-Fass, ansonsten werft ihr nicht einfach zum Out-Cycle, das Kobold-Fass, damit könnt ihr jetzt auch zeigen, und irgendwann bekommt ihr wahrscheinlich auch ein Kobold-Fass, wogegen ihr, keine Ahnung, nur noch Skelette hat, oder was auch immer, aber, das wird sich um Elixier einfach nicht lohnen, glaubt mir da, das wollt ihr nicht, ich hoffe euch hat das Video gefallen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wie man das Deck am besten spielt, schreibt es in die Kommentare, der erste Link in der Beschreibung, ist dann übrigens, mein Clan, da könnt ihr dann direkt, ähm, mit beitreten, mit diesem Link, solltet ihr zumindest, denke ich jetzt mal, äh, der zweite Link ist dann das Deck, das ist aber auch noch alles beschriftet, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, schaumend au, план mai, das ist Angst, fахte sein, das ist es für Leute, Tag,